Unser Team, Holtweg Semmler, das sind ich, Ilka, unser Coach Andi und Katrin. Wir unterstützen Mila Help und das ist eine super Aktion. Ihr könnt, wenn ihr wollt, dafür gerne Sachen spenden, sowas wie Bälle, Netze, Schuhe, alles was man fürs Spielen von Volleyball braucht, Indoor oder Outdoor. Und Mila verschickt das in die ganze Welt und spendet es an Länder, die selber nicht in der Lage dazu sind, sich solche Sachen zu leisten. Und ja, wir finden, das ist eine gute Sache und wir finden, ihr könnt dafür spenden. Vielen Dank. Danke.